Also, also, ein Sammchen für einen guten Zweck, sagt der Fritz, der vor mir steht. Der Fynn muss sich selber sammeln, wenn das so weitergeht. Sie wollen alle etwas von mir, das Militär und das Stuhlbüro. Ob schon sie es gerade kürzlich haben, meinen Zahntag überkommen. Nachher haben sie mir ein Stammbein, du zahlst mir noch ein Bier. Aber ich weiss nicht, woher näh, ich bin ein kleines Witzelstier. Und da kommt schon wieder einer, der eine Zigarette nennt. Und natürlich war es mein Letzte, und das würde einem auch noch geben. Bin ich Kopfritsch-Dutzend-Kiosk oder bin ich öppene Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenstank? Bin ich Kopfritsch-Dutzend-Kiosk oder bin ich öppene Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenstank? Ja, da kommt so ein wilder Hippie mit geflickten Hosenbein. Und fragt mich überfreundlich, sagst du mir wie zwei Steine? Und kommt so ein Meter weiter, da quatscht mich einen an. Es reicht nicht für das Fußball-Läden, aber könnte es für die Haare. Und die Katschen, die Katschen, die Katschen-Gummi, da lacht mich ein Mädchen an. Lass wimperlen, klimperlen und seht auch wie ein Haar. Es wiss ich nicht wo raus, ob's vielleicht ging bei mir. Aber sie heime doch gleich könnte, die steht sauber vor der Tür. Bin ich Kopfritsch-Dutzend-Kiosk oder bin ich öppene Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenstank? Bin ich Kopfritsch-Dutzend-Kiosk oder bin ich öppene Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenstank? Immer in Eis initiiert mit mir, selbst Acceptet mit mir. Ob... Bin ich Gottfried Stutz und Kiosk, oder bin ich öppene Bank, oder gseh ich aus wie ein Hotel, oder wie ein Kassenschlag? Bin ich Gottfried Stutz und Kiosk, oder bin ich öppene Bank, oder gseh ich aus wie ein Hotel, oder wie ein Kassenschlag?